Ein herzliches Servus und Moin! Oder so ähnlich. Zum neuen Video. Wir haben den 18. Oktober. Da müssen wir mit Köpfen arbeiten. Wir bringen die Blöden mit einer an. Das machen wir dann so. Und so tun. Ja. Wieder Secht. Secht, ich will schon wieder um Grünfutter machen. Mehr. Cool. Die Viecher haben schon wieder Hunger. Ja, wie immer. Ich stelle euch mal kurz ab. Ab ist an der Schuhe. Auf den Weg ablöpfen. So, ob es der Gepi liegt. Auf den Weg ablöpfen. Hier stecken wir ein. So. Abspann. Ja. Toll, ne? Dann. Die Schnitthöhe feststellen. Absenken. Ihr seht, es ist saumäßig groß. Von unten nach oben habe ich keine Chance. Das zieht es noch weg. Ich will jetzt mal probieren. So, der Hecken entlang runterwärts zu arbeiten. Keine Ahnung, ob das besser geht oder nicht. Weiß gleich merken. Ja, ja. Ja, ja. Das funktioniert schon mal. Das ist so ein Weg. 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 Was ist das denn? Wir müssen aber auch wiederholen. So, das nutzt mich. Aaaaah! Heiß weg! Das ist nicht alles in der Welt. Ich würde mal ja schon probieren, bis ich da nicht komme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020